Wir haben heute Abend gespielt im Jazzclub in Karlsruhe mit der Band The Shreds. Wir haben ein Wagner-Programm gespielt in Dub, Reggae, Funk, Crowd, Rock, Jazz, Rock, Style und wir hatten den Eindruck, dass es hier ein sehr interessiertes und freundliches Publikum gibt, mit dem wir den Abend teilen konnten. Darüber sind wir sehr froh und möchten dem Club viel Glück wünschen, dass es so weitergeht und wir kommen sehr, sehr gerne wieder. Habt ihr noch was zu sagen, Jungs? Ich würde mal sagen, ihr habt den Programmpreis zurecht gewonnen. Das hier. Also ein Gratulationsabend.